Jörg Hofer, Zeit im Bild. Herr Hafenecker, gestatten Sie eine aktuelle Frage zu einem anderen Thema? Ihre Gesundheitssprecherin hat eine viel beachtete Aussage gemacht bei der Corona-Demo, sinngemäß, dass in den Spitälern die Problematik nicht von den Ungeimpften, sondern von den Impfdurchbrüchen verursacht wird. Daraufhin hat es eine massive Schelte der anderen Parteien gegeben und auch der Vorwurf, sie hätte da gelogen oder sie würde eine Lüge verbreiten. Wie sehen Sie das? Schatze, grundsätzlich geht es da um Aussagen, die im Zuge der Demonstration getätigt worden sind und es geht um die Aussage mit Krankenhäusern und Impfschäden. Und ich glaube, es würden die Medien auch sehr gut daran tun, nicht sozusagen hier jede Formulierung mit dem Apothekerwagen abzuwiegen, sondern einmal zu schauen, worum es geht. Auf der einen Seite gibt es die Impfschäden. Wir wissen noch nicht genau, wie massiv die tatsächlich sind, weil es auch eine Definitionsfrage ist, weil man sagt, naja, die müssen unmittelbar nach der Impfung eintreten. Wir sind der Meinung, dass es auch Impfschäden mit einer entsprechenden Verzögerung gibt und im Prinzip braucht es da mal eine Evidenz dazu. Ein anderer Punkt, der noch viel wichtiger ist und ich denke, so hat meine Kollegin Belakowitsch jene, wenn das auch gemeint, ist der, dass man ja im Prinzip auch die Regierungslügen im Zusammenhang mit der Impfung als Impfschaden mit einbeziehen kann. Es ist doch den Menschen gesagt worden, für sie ist die Pandemie vorbei, wenn sie sich impfen lassen hat. Es kann nichts mehr passieren. Es ist ja ein absolutes falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt worden diesen Menschen. Man hat gesagt, sie brauchen keine Nachweise mehr bringen, es gab dann keine Testung mehr und so weiter. Und wenn man sich jetzt die Zahl der Impfdurchbrüche anschaut, die immer höher werden, dann kann man natürlich unter Einbeziehung dieses Umstandes, das die Regierung im Zusammenhang mit der Impfung nie die Wahrheit gesagt hat, sondern massiv gelogen hat, natürlich das mit zu subsumieren und da kommt man schon auf ganz andere Zahlen. So würde ich das einmal sehen und ich denke, so hat sie es auch gemeint und meine Bitte an die Medien wäre die, dass wir hinkünftig auch hergehen oder dass die Medien hinkünftig auch hergehen und sich genau in diese Richtung einmal entwickeln und auch hier investigativ tätig sind. Das heißt also nicht immer nur an Formulierungen stoßen und sagen, jetzt können wir endlich wieder jemanden durchs Dorf treiben, sondern ich ersuche sie wirklich nachdrücklich. Recherchieren sie einmal in die Richtung nach, wie viele Leute im falschen Glauben einer falsch vermittelten Sicherheit sich impfen haben lassen, wie enttäuscht die jetzt sind und im Übrigen sind das auch Leute, die bei den Demonstrationen mit dabei sind, jene Leute, die von der Regierung hinters Licht geführt worden sind. Und wenn man das einmal aufarbeitet und wenn man wirklich einmal auch jenen ein bisschen die Stimme gibt, die sagen, naja, es geht mir gefundetlich aber trotzdem nach der Impfung nicht gut. Ich habe dieses und jenes Problem. Ich erinnere mich da an eine ORF-Sendung mit dem Herrn Dr. Merin, der zuerst noch gesagt hat, naja, aufgrund einer Anfrage einer besorgten Dame, die gesagt hat, naja, sie weiß nicht, ob sie sich jetzt den dritten Stich holen soll, weil sie hat einen Schlaganfall gehabt. Und sie hat sicher nichts mit der Impfung zu tun. Und dann hat sie gesagt, aber mein Sohn hatte auch einen Schlaganfall. Und dann erst ist man hellhörig geworden und hat dann gesagt, na gut, dann vielleicht lassen sie das doch einmal vom Internisten überprüfen. Also ich denke, man sollte all diesen Leuten einmal eine Stimme geben und das auch in den Medien und wirklich einmal in der Lage sein, einen ordentlichen Diskurs darüber zu führen. Was wir jetzt haben, ist eine vorgegebene Meinung in einer Richtung und alles andere wird dogmatisch niedergewalzt. Es kommt niemand durch mit seinen Bedenken und mit den Problemen, die in der Familie kennt. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Impfschaden reden. Aber ich habe in meinem Bekanntenkreis natürlich auch sehr viele Leute, die sich impfen lassen haben. Ich habe selber darauf verzichtet, weil ich an Corona erkrankt war, wie man ja durch Funk und Fernsehen entsprechend transportiert hat. Aber wenn man sich mal anschaut und mit den Leuten spricht, wie viele wirklich massive Nachwirkungen auch die Impfung hatten oder wie viele alte Personen es gibt, die sagen, ich hole mir den dritten Stich ganz sicher nicht mehr, weil mir ist nach den ersten beiden schon schlecht gegangen, dann sind das aus meiner Sicht Dinge, die man ernst nehmen muss. Das sind Dinge, die man, wie Dagmar Belakowitsch das auch getan hat, auch auf einer entsprechenden Ebene transportieren muss. Und wo man endlich einmal verdammt noch einmal in einen Diskurs hineinkommen muss. Ich bin es wirklich leid, dass man da ständig hin und her spaltet und da immer irgendwelche Formulierungen auseinander glaubt. Das Problem ist evident. Und da drüben am Heldenplatz stehen Geimpfte und Ungeimpfte mittlerweile. Man muss es nur erkennen. Und ich bin gespannt, bis wann die Regierung soweit ist, das zu erkennen. Und im Übrigen fällt mir da jetzt noch ein Spruch von Karl Fackerschein, der vielleicht auch in dieser Woche ganz wichtig ist. Jetzt haben wir eine neue Regierung, dabei hätten wir aber die andere schon gar nicht mehr gebraucht. Das ist der Punkt, in dem wir uns jetzt momentan gerade befinden. Und ich würde wirklich bitten, auch seitens der Medien, da ein bisschen differenzierter vorzugehen und nicht einfach nur alles nachzubeten.